Hallo und herzlich Willkommen zum Kistenöffnen. Ja, das hast du schon mal gesagt oder ein anderer von dir. Ja, das ist schon mal eine gute Einstellung. Auch andere fairen Waffen. Ah, ich habe ja eine andere fairen Waffe. Warte! Die Waffe rutscht. Mit dem Kopf. Nur weil du keine Arme mehr hast. Ah, der ging daneben. Ja, dafür ist jetzt der Schild runter. Toll. Ja, der müsste eigentlich Old Man LP stehen. Das wollte ich eingeben, wo unten Sporenhüterin steht. Nehme ich mal an. Aber ich kann es jetzt nicht ändern. Das ist mir gestern schon aufgefallen, wo ich mal reingeguckt habe. Ich habe da erst gar nicht dran gedacht. Ich war ja begierig. Ich wollte spielen. Alter, anonymisiert ihr. Ich kann nichts dafür. Ich wollte doch nur ein Fass aufmachen. Hä? 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 Nein. Lieder der Beschleunigung. Ah. Äh. Aua! Man stört keine Menschen beim Looten. Hin. So, du bist jetzt. Oh oh. Skelette erscheinen, als ihr euch dem Katapult geehrt. Ehrt euch, Brüder. Wir sind für dich interessiert. Das ganze Fleisch macht dich nur zu einem sassigeren Ziel. Aha. Bevor ich das vergesse hier, ne? Bevor ich das vergesse. Ja, ist ja gut. Nein, 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 nein. So. Was ist das da? Ach, da war ich schon. Ich komme! Wartet! Der ist aber groß. Au. Das wird witzig. Keine Hande gegen den Westen zu verlieren. Da ist der Dünn des Wesen. Uh. Aua. Uh. Oh. Du bist so nicht dein selig vordrängelnd. Ihr seid lästig. Ich bin ganz logisch. Ich bin ganz logisch. Oh. Wie ist das? Ah, scheiße. Reißt du die bei dir raus? Ja, ich mach das ja gleich. Aber hier sind doch noch Dinge. So, guck. Das Katapult explodiert den Glitzer und Regenbogenstücke. Verdammt gut gemacht. Spreng die Scheißdinger zurück bis in die Hölle. Okay, Paladin meint, ist nicht meine Erfindung. Aber ich hab diesen coolen Barista im Econet kennengelernt. Er meinte, ich kann seinen B&B-Charakter benutzen, wenn ich will. Und ich so, yeah, und er freut sich wie Bolle. Und ich überlege nur, ob ich ihn mit Akzent sprechen lasse. Ich guck erstmal mein Inventor. Wir haben hier, was ist das? Schalte diese Anpassung Schnellwechselsystem frei, wenn du innerhalb des Investors benutzt. Ach, was haben wir denn da? Leder der Beschleunigung. Ach, jetzt haben wir was dafür. Cool. Dann gucken wir mal. Wir haben hier... Na, hier kann ich ja nur auswählen. Äh... Ich hab im Einsatz... Unglück. Ist gar nicht so schlecht, ne? Hydra, was macht Hydra? Verlangsamt die Feinde. Äh... Einfacher Zauber. Feuern und Vergessen. Conjura, Sieger des Muscles. Aber wenn ich mir angucke, was die hier für Schaden macht, bleibe ich bei dieser. So, Schild. Da halten wir auch bei. Schusswaffe. Hier haben wir was gekriegt. Die macht 42. Spirale des Regulators. Oh. Oh. Dann werde ich die schon mal als... Müll deklarieren. Das sind dann Sachen, die dann verkauft werden können, würde ich sagen, ne? Äh... Äh... Das ist die... Äh... Nein. Nein, nein. Hier haben wir noch nichts Neues gekriegt. Und ne Kleve haben wir auch noch keine neue. Also so ne Dingswaffe und Skills... Haben wir nicht. Gut. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach da. Das geht nicht anders. Ja, das muss so... Warte mal, ich werd mal noch auf die umschalten. Okay. Okay. Ein Speicherpunkt. Oh. Ah. Globales Reisen. Tod der Königin... Tor der Königin Arschheim. Tor der Königin Trappelstraße. Aha, aha, aha. War ja klar! Oh Mist! Mehr Bösewichter heißt mehr Arbeit! Ich hab auch so viel vor in meinem Nichtleben! Ja! Bleib! Mach bitte keine Tasse aus meinem Schädel! Nein, ich bleib bei Aschenbecker! Wer verkaufe ich denn bei Ebay? Wo sind denn noch welche? Da hinten? Wartet mal, I. Ja. Sollte. War wirklich so? Ja. Soja. Hab ich hier nachgeladen? Nein. So. Das übliche halt. Kommen sowieso gleich wieder neue. Da sag ich doch! Au, 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 au! Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Nein, 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 nein. So. So richtig bringen tut ihr hier nix, ne? Ja. Ja. Ach, werden meine heroischen Taten jemals verblassen? Wahrscheinlich nicht. Ich wollte ihn hierher locken, aber das ist nicht so funktioniert, äh, Aschenzufuhr. Ich wollte ihn hierher locken, aber das ist nicht so funktioniert, äh, Aschenzufuhr. Warte! Warte! Verdammt! Zu spät! Ach, egal. Irgendwo da draußen gibt es Beute! Ah, Mist. Ah, den hab ich gar nicht gesehen da oben. Ich will mal gucken, ob das überhaupt was abzieht. Ja, doch. Hör auf damit! Was soll das? Geht das leer erlaubt? So, tot. Halt's Maul. Sterb leise. Scheiße. Meine Neugier... Warte mal, kann ich hier... Gefahrlos? Welche hatte ich denn jetzt? Die hier, ne? Das ist ne... Oh, so eine... Wo ist meine Schrotflinte hin? Welche hatte ich denn da? Oh, da sind ja noch mehr! Das Leben ist ein Licht und am Ende stirbt man. Tja, ähm, alle sind tot. Die Lords haben unsere Rebellion mit ihren überlegenen Waffen zerschlagen und ließen mich eigenhändig die Gräber für meine Bauernarmee und mich ausheben. War verdammt viel Arbeit und ich musste sie übers Wochenende verrichten, welches ich als Bauer gar nicht habe. Da hab ich mich gefragt, ob dies mein Los im Leben sei? Kann ich denn gar nichts tun, um meine Lage zu verbessern? Und dann kam mir eine tolle Idee! Der alte Stinkblüte könnte ein Dieb werden! Aha. Ach so! Das hatte ich wohl eingesammelt? Ich hatte doch eine mitten... Die war das, ne? War die das? Werden wir gleich sehen! Nein, das war sie auch nicht! Ich hatte noch so viel vor in meinem Nichtleben! Hm. Tut mir ja leid. Ich hab sie immer noch nicht gefunden. Ich hab sie nicht gefunden. Wo ist sie? 48. Das war doch nicht die Schrotwinde, die ich genommen hab, ne? Das ist sie auch nicht. Ich hab die doch nicht weggetan. Nein. Schießt einen magischen Energiestrahl ab. War das die hier? Nein! Das ist die mit Däube! Was ist das denn? Nein. 37. Ich find sie nicht mehr. Muss ich nachher mal gucken in Ruhe. Erstmal das Geld einsammeln. Wir brauchen alles. Da konnte ich nichts nehmen. Nein, nein, nein. Oh, guck mal. Man muss hier so rumlaufen. Damit man hier auch wirklich alles findet, ne? Oh. Oh. Friedhof der verlorenen Baden. Oh. Was? Was? Oh, da war was. Hallo? Darf ich hier noch nicht sein? Habe ich jetzt mich in was reingedrängelt, wo ich noch nicht hin darf? Kommen wir hier später wieder hin? Nö. Alles gut. So, das haben wir auch. Das ist die richtige. Auf. Aua! Liebe Gold auch. Oh, ich werd verwöhnt. Kann ich mal einen kurzen Moment Ruhe haben? Ganz kurzen, bitte. Die war neu. 25, 30. Na gut. Hier was Neues? War hier nicht was? Das soll Müll werden. Die ist neu. Das ist ein... Ja, was soll das sein? Ein Sturmgewehr? Sturmgewehr. Sturmgewehr ist erstmal gut. Und das kann man ja mal ausprobieren. Was ist das? Zauberschussgewänder des Hackers. Na, kann ich aufstehen. Hab ich jetzt hier... Nee. Ist das wieder so ein... Nein, ich muss das anders machen. So. Ich hab doch hier irgendwas aufgenommen. Wartet mal. Was ist das? Das ist die Kleve. Kleave. Oh, ich bin schon wieder voll. Merkt ihr was? Das kann man nur im Sofa tragen. Er hat's doch genommen. Gut, 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 gut. Das ist eine verdammt detaillierte Karte, muss ich ja sagen. Wie haben die das alles vermessen? Siegel. Wie macht man das mit dem Müll? Er, ne? Damit ich nachher nicht das falsche verkaufe. Was ist das für ein Schild? 141. Ich mach die Schilde mal an. Dann können wir mal gucken. Ja, die kann man denn verkloppen, würde ich sagen. Nein, okay. Erledigt. Hm. Das hab ich gesehen. Das muss sein. Huch. Hey, was machst du denn? Das war komisch. So. Hier ist nochmal Kohle. Wo ist jetzt das Katapult da hinten, ne? Ist doch mehr beleidigt. Ich muss gucken. Die Neugier. Die Neugierige. Ich bin... Äh? 13 Sturmgewehr. Warte mal. Ja, ich hab aber hier 21. Zielgenauigkeit. Der Schaden ist... Äh, ich hab... Ja. Das Dings ist alles aber... 45. Das Magazin ist aber größer. Gut, behalten wir. Gott. Da ist noch was. Wie konnte ich das übersehen? Siehst du? Siehst du? Na, hier ist das weg. Haltet doch aus! Ich tue es jetzt. Nein. Hier ist noch eine Kiste. Jetzt tue ich es. Das letzte Katapult auf dem gefallenen Turm aufgestellt. Sieh zu, dass du da rüberkommst. Das ist ein viel zu großer Sprung. Können wir nicht das letzte Katapult entzerstören und uns rüberschleudern? Nee, Finger weg, meine Figuren! Aber euch mit dem Katapult geschleudern auf dem Pool, also lasse ich es ausnahmsweise durchgehen. Ausnahmsweise. Wie komme ich da jetzt hin? Muss ich da hochhüppen? Warte mal, warte mal. Kann ich hier rauf? Und jetzt? Das geht so nicht. Hier? Nein. Benutze das Katapult. Ach da, das habe ich nicht gesehen. Yippie! Sag ich das so richtig? Für die Konstruktion dieser Katapulte sind hunderte Koboldstunden Arbeit notwendig. Sieht denn keiner, wie viele Arbeitsplätze ich hier schaffe? Da ist wohl jemand falsch abgebogen! Schädel! Willst du Gehirn? Hab ich nicht! Kann ich nicht mit Ihnen? Nein? Was ist das? Was ist das? Haben? Magier Hagel? Nein, will ich nicht haben. Ich bin voll! Aber sowas von... Was ist das? Oh! Irgendwo muss es doch mehr Kapazität zum Tragen geben, oder so? Geht's euch gut? Gut! Au, 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 au! Das war's für den armen Jorek! Ich kann sie nicht kommen! Was ist der... Was? Der arme Jorek! Der arme Jorek! Bleibt doch einfach weg! Ja. Das kennen wir schon. Warte mal, ich muss mal gucken. Ich brauche Platz Q und Q. Damit ich wenigstens das hier nehmen kann. So, dann wollen wir mal gucken. Das kann ich gleich wieder einsetzen, äh, verwenden. Aha. Cool, das hätte ich vorwissen sollen. Das wäre genau das Richtige gewesen für mich. Aber nö. Äh. Ja. Und hier? Oh. Das bist du. Dich brauche ich nicht. Da ist ja auch noch mehr. Alles meins. Meins! Meins! Meins? Ja. So. So, da gehe ich jetzt nicht hin. Da gehe ich hin in der nächsten Folge. Tschüss!